Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11357 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Brot ist in vielen Kulturen ein Grundnahrungsmittel und wird seit Jahrhunderten hergestellt. Brot ist in vielen Kulturen ein Grundnahrungsmittel und wird seit Jahrhunderten hergestellt. Die Influencerin Julia teilt regelmäßig ihre persönlichen Erfahrungen aus verschiedenen Lebenssituationen. Die Influencerin Julia teilt regelmäßig ihre persönlichen Erfahrungen aus verschiedenen Lebenssituationen. Die Influencerin Julia teilt regelmäßig ihre persönlichen Erfahrungen aus verschiedenen Lebenssituationen. Meine Hände sind absolut sauber. Ich bringe damit keine Bakterien in dein Haus. Meine Hände sind absolut sauber. Ich bringe damit keine Bakterien in dein Haus. Meine Hände sind absolut sauber. Ich bringe damit keine Bakterien in dein Haus. Ich bin enttäuscht. Vertrauen lässt sich leicht zerstören. Vertrauen lässt sich leicht zerstören, aber nur schwer wieder aufbauen. Vertrauen lässt sich leicht zerstören, aber nur schwer wieder aufbauen. Wer der Beste sein will, muss innovativ sein. Wer der Beste sein will, muss innovativ sein. Wer der Beste sein will, muss innovativ sein. Das ist das Schöne an meinem Beruf. Wer der Beste sein will, muss innovativ sein. Wer der Beste sein will, muss innovativ sein. Hat jemand von euch Hunger auf Pfannkuchen? Es sind genug dafür alle. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wer der Beste sein will, muss innovativ sein. Wasst das Bestes? ... Untertitelung des ZDF, 2020